Das ist Bimo Banjo. Er will der beste Timo Spieler auf dem ganz Planeten werden. Ob er der Solo-Q gewachsen ist, werdet dieser Series erfahren. Seht nun Timo Road to Glory. Road to Platin Weil ich endlich mehr LP haben will, dachte ich mir, ich spiele heute mal auf Meta-Timo. Deswegen starten wir jetzt einfach mal mit Jungle rein. Alter, das geht schnell, du. Leider lief die erste Runde nicht so, wie ich es geplant hatte. Aber keine Angst, danach wird es nur noch besser. Das ist nicht unfassbar. Oh. Rant, Rant ist auf Weg, let's go. Mann! Komm schon, Brand, komm schon, Brand, komm schon, Brand, komm schon, Brand. Du bist so crazy, Brand. Du bist so crazy, Brand. Holy shit, Junge, was war das mit den Minions? Wie crazy war das? Oh mein Gott, bitte stirb nicht an Red Buff. 3 HP. Oh mein Gott. Ja, sterben wird auf jeden Fall. Ja, sterben wird auf jeden Fall. Hm? manyek! Wir warten, Entram, Entram, Entram! Ech! K Holl. Che. eng. AufON! !!!!! Ech! sch. century ?? Oh shit yoga. Ah ja ja. Wuh! Big, big, big. Big, big, big. Dankeschön, wir sind die Cantina Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spiel den selben Song nochmal. Alles klar, den selben Song und los! Big, 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 big. What is wrong with Pink Ward? Was ist der Teemo? Big, big, big. Now we go Drake, now we go Drake. Shout out, Pelos. Will den selben Song nochmal? Alles klar, den selben Song und los! Owners. Den trifft, den sk verlä sait nicht. Nehmen wir. Big. Schön Brand. Does dat Lily? A- персонаж. Beought by Ben Jogu Golderileister Das wird immer noch eine homologische Schlern reserviert werden. Rein kann jede Menge pox verabschiedet werden. Kampfgrad aber juckt. GG. Okay, crazy. Und nachdem ich dachte, es kann nicht mehr besser werden, habe ich Support gespielt und habe einfach den nettesten Dravenmaid gefunden. Also, wirklich den nettesten. Alter, well played, schreibt er. Ist das crazy. Boah, was machen wir hier, alter? Ah, oh shit, der war 5 oder Tower, der mit Aua. Sehr schön von unserem Job. Zwei Kills bekommen er durch. Oh, ist so ahead. Why 2, Junge? Ich glaube, er wollte 2 schreiben. Shit, Junge. Der blinded fucker. Oh. Okay, completely fine, Junge. Okay, completely fine, Junge. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool, let's go. I got to Rope. das ging schnell und genau aus dem grund habe ich jetzt einfach als support weitergespielt okay wir haben es molder top ramble mitte jacks jungle brand edikel und nicht sofort da ist kracht komplett gott ein jacks jetzt herkommt ja ja bewältigen wir beten sehr schön ich will nicht auch noch auf die gehen können oh shit jungen brent brent oh shit junge oh shit alter lulu flash out wo kommt er her eigentlich aber bitte die nachdem sich dann meine maids 24 7 komplett weg geflammt haben war das game wirklich hier oben maybe nein die wäne entert einfach Puckin' Ignite auf Malsaha. Ja, ja, klar. Pick. Kein Assist dafür, weil ich nicht angefasst habe. Scheinbar. Ich bin so nutzlos hier unten. Das ist so krass. Das Einzige, was ich mache, ist Vision. Ich habe nur zwei Assists bekommen von vier Kills. Ich habe einen Kill. Wo soll ich den rollen? Bei meinem ersten beiden Kills haben wir nicht mehr nutzlos. finischen bitte sei es steht hier gleich für das blatt für einen von uns gebleintet jod okay wir haben einfach drei kills bekommen das können die gutes game werden oh mein gott das war fucking close aber auch einfach echt dumm von mir lol ist auch jetzt auf kage gegangen der bro mal gucken das wird der gesten schnell ff hätte ich gegnetet er wird tot irgendwie fahren die das leute sowas nutzen ob jen jemals zurückkommen wird wenn die das gewinnen alter dann rassig aus ok so viel dazu gb feedback Update, yeah.